1936. Bürgerkrieg in Spanien. Mit deutsch-italienischer Hilfe sind die nationalen Truppen des General Franco in Spanien gelandet, unterstützt von der eingeborenen Truppe, den Moros. Die Franco-Truppen haben den Mijares überschritten und marschieren nun mit Stoßrichtung auf Valencia, das noch von den Republikanern gehalten wird. Hauptmann Pedro. Hier Zentrale. Der Alte ist zurück. Was sagen Sie Zentrale? Wer ist zurück? Der Alte. Der Alte, so. General Hernández. Aha. Danke.